Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ha, ha, ha. Hab 6, ich bin der Sven und ich darf den lieben Stu zu dem neuen Ableger befragen. Hallo. Hola, Stuardo. Hallo, ich bin der Stu und ich bin FSK 18. Krass. Okay, Schreck ist ja mittlerweile ein Schreck-Oversum mit diversen Ablegern, kleinen Kurzfilmchen. Wie stehst du generell zum Schreck-Universum? Ja, ich mochte damals Anfang der 2000er die ersten beiden Teile ganz gerne, weil sie ja sehr offenherzig Disney kritisiert haben. Also Disneys Animationsfilme wurden ja wirklich durch den Kakao gezogen, die klassischen hauptsächlich. Dann kam irgendwann Schreck 3, da war die Luft dann schon irgendwie raus. Dann kam Schreck 4, da war gar nichts mehr drin. Und der gestiefelte Kater, der erste Teil, den habe ich mir damals auch noch angesehen, war jetzt auch nicht so eine Offenbarung. Trotz allem hat Schreck, glaube ich, damals schon dafür gesorgt, dass Disney so ein bisschen wachgerüttelt worden ist, weil die ja dann neben Pixar auch ihre eigenen Animation Studios immer ein bisschen auf Vordermann gebracht haben und seitdem ja Dreamworks hinterherläuft, also Dreamworks ihn hinterherläuft. Deswegen, glaube ich, ist Schreck für den Animationsfilm an sich sehr wichtig und sehr bedeutend, auch wenn er aktuell keine große Rolle mehr spielt. Ich würde mich jetzt aber nicht als Fan der Reihe bezeichnen, einfach aus dem folgenden Grunde, weil ich die Filme halt wirklich jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Das Einzige, was ich warum auch immer jedes Jahr irgendwie aufschnappe, sind diese komischen Weihnachtskurzfilme von Schreck, weil jedes Mal, wenn ich bei meiner Mutter bin, laufen die da irgendwie im Fernsehen. Ah, okay. Ja, also ich muss sagen, mir geht's im Endeffekt genauso. Ich hab bis zu Schreck 3 geguckt, den Rest hab ich weggelassen. Hast du den ersten, ja, hast du ja gesagt, den ersten Teil hast du ja gesehen von Gestiefelte Kater. War das für dich sowas, wo du gesagt hast, okay, ist es ein gutes Spin-Off sozusagen oder war es für dich damals so, dass du gedacht hast, oh nee, muss jetzt nicht sein. Also ich hab mich da mit ein paar Kollegen gestern nach der Sichtung des Films im Kino unterhalten und wir alle wussten gar nicht mehr so richtig, worum es in diesem Film geht. Ich hab da nochmal ein bisschen recherchiert und ich glaube, das ist da mit Humpty Dumpty, meine ich, in diesem komischen Ei. Ich glaube, in der deutschen Fassung auch gesprochen von Elton und ich meine auch, dass das eine Voice-Cast-Entscheidung war, die nicht so toll war. Ähm, aber ganz ehrlich, ich kann auch hier wirklich jetzt kein Fazit ziehen oder keine richtige Meinung zu sagen, weil ich hab wirklich keine richtige Erinnerung an den ersten Teil mehr dran. Ich weiß, ich hab den damals im Kino geguckt, äh, mit ein paar Leuten zusammen, ich glaube auch um Weihnachten rum oder war es im Sommer, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, er hat mich, glaube ich, weder, ähm, beeindruckt, noch hat er mich abgestoßen. Es ist, glaube ich, einfach ein Film, den man mit dem Wörtchen komplett irrelevant, beziehungsweise redundant beschreiben kann. Ich hoffe, ich hab jetzt hier keine Fans des gestübelten Kateres verärgert, aber so geht's mir nun mal damit. Okay, dann weißt du aber bestimmt, worum es jetzt im zweiten Teil geht. Ja, ähm, im zweiten Teil hat unser gestübelter Kater ein, ja, ein Erkenntnis. Und zwar fällt ihm auf, ich hab ja neun Leben, aber acht davon hab ich schon verbraucht. Das ist natürlich jetzt scheiße. Und dann trifft er eine Art, ich nenne es mal Kopfgeldjäger, wobei relativ schnell deutlich ist, was das wirklich ist, aber da müssen wir jetzt trotzdem nicht so ins Detail gehen. Der ihn dann jagt und ihm auch, ja, relativ schnell in seine Schranken weist. Daraufhin, äh, ist für den gestübelten Kater eins klar, er braucht neue Leben. Und zum Glück gibt es ja eine Art Wunschstern, der irgendwo versteckt ist und wenn man diesen Wunschstern hat, dann kann man sich etwas wünschen, wer hat das gedacht? Und der Kater will sich neun weitere Leben wünschen und begibt sich halt eben jetzt auf die Suche nach diesem, ich nenne es mal magischen Artefakt. Die Suche bestreitet er aber nicht alleine, er wird unterstützt von seiner Ex-Freundin Kitty Sampfote und außerdem gibt es dann noch den, äh, ich hab seinen Namen jetzt vergessen, Jack Horner, glaub ich, oder John Horner. Das ist ein dicker, unsympathischer Typ, der magische Artefakte sammelt. Und außerdem ist Goldlöckchen und ihre drei Bären auch auf der Suche nach diesem magischen Stern. Ja, und so entspinnt sich eine Jagd nach dem letzten Wunsch. Okay, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich irgendwie direkt an Lord Voldemort denken müssen, Gott hab ihn selig, der sich auch seine Leben versucht wieder zu holen. Aber, okay, gut. Der Trailer fand ich ganz nett, war witzig, ich hab zwischendrin schon gelacht. Wie ist es mit dem, mit dem Mix aus kindlichem und erwachsenen Humor? Ist es wieder schön verteilt, dass es ein Film ist, den man sich mit der ganzen Familie angucken kann? Oder ist es jetzt definitiv nur was für die Kleineren? Also, bei mir im Kino gab es auch wirklich viele Kinder, die mit drin waren und die haben wirklich sehr viel Spaß gehabt, zumindest nach ihrem Lachen zu beurteilen. Und ich muss auch sagen, dass es jetzt kein Film ist, der jetzt humoristisch wirklich Bäume ausreißt. Aber ein Film, bei dem es eine ganz klare Anspielung auf Not the Beast Szene mit Nicolas Cage aus The Wicker Man gibt, kann so verkehrt nicht sein. Also, ja, er versucht schon, die Mischung aufrechtzuerhalten zwischen Humor für die Kleinen, Humor für die Allgemeinheit, nenne ich es mal, und Humor für die Erwachsenen. Er ist aber vom Humor her, glaube ich, dann doch eher für die Kleineren ausgelegt. Nichtsdestotrotz habe ich schon schlimmere Animationsfilme gesehen. Okay, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Wird gesungen? Ja, einmal sehr ausführlich zu Beginn. Das war auch der Moment, wo ich dachte, ich will nicht hier sein. Und dann halt nochmal so im Laufe der Handlung wird es so kurz angedeutet, aber der Film ist letztlich, ist es kein Musical. Also, es gibt diese eine Gesangssequenz zu Beginn, die ist auch sehr ausgeprägt und erinnert auch sehr ein bisschen an Encanto, weil der gestülpte Kater ist natürlich, ist er Spanier. Das war ja schon damals in Schreck 2. Und ja, das passt halt einfach. Wer jetzt aber da reingeht und erwartet, weil der Film ja auch um Weihnachten läuft, so ein klassisches animiertes Musical, das ist er nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, du hast ihn in Deutsch gesehen. Wie machen die SynchronsprecherInnen ihren Job? Ist es wieder Qualität oder ist es eher, wo du sagst, oh, da habt ihr aber ein paar Mal Derb verhauen? Also, es gibt Lob, was man, glaube ich, bei jedem Film, wo dieser gestülpte Kater auftaucht, sagen kann, Benno Führmann spricht ihn hervorragend. Im Original macht es ja Antonio Banderas und Benno Führmann wirklich herausragend gut. Ich würde es sogar so weit gehen und sagen, ich höre mir Benno Führmann lieber an als Antonio Banderas. Ansonsten, Oliver Kalkofe spricht den Antagonisten, das macht er mit großer Freude. Kalkofe hat ja, glaube ich, auch echt Spaß bei solchen Arbeiten. Die Figur passt auch, sage ich mal, zu ihm. Wobei, er hat zwei Rollen. Er hat sogar zwei Rollen. Die zweite Rolle ist eine Art Grille, das Gewissen des Bösewichts. Auch das macht er hervorragend. Ansonsten hat das Original oder die Originalfassung wesentlich mehr Stars aufzubieten. Also Antonio Banderas haben wir, Selma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman, John Mulaney. Da kann die deutsche Fassung nicht mithalten. Ich war aber relativ überrascht. In der Handlung gibt es eine wichtige Figur. Das ist so ein kleiner Chihuahua, der mit dem Kater und Kitty Sampfoto on Tour geht. Und der wird im Deutschen gesprochen. Ich habe mir den Namen sogar aufgeschrieben. Ich kannte den werten Herrn noch nicht. Riccardo Simonetti. Und das macht er wirklich sehr gut. Also ich glaube, Riccardo Simonetti ist mehr so eine, ohne es böse zu meinen, so eine Art Fernsehpersönlichkeit. Und wir haben ja nicht unbedingt gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man irgendwie eine Persönlichkeit aufs Mikrofon holt, die aber nicht die passende Stimme hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die deutsche Fassung insgesamt hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das freut mich. Ich weiß auch nicht, wer Riccardo Simonetti ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber der Name ist schön. Riccardo Simonetti. Da ist Schwung drin. Da ist das Fieber drin. Das gefällt mir. Mach ein Fuego in meine Hose. Okay. Wie ist denn die Qualität der Animation? Ja, der Film beginnt mit dieser, ich sage es mal Musical-Sequenz. Und wie ich schon sagte, das war der Moment, wo ich dachte, ich will ja weg. Das ist nichts für mich. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, warte mal, das ist kein, in Anführungszeichen, standardisierter Animationsfilm mehr. Denn die Macher haben sehr deutlich abgeguckt bei einem der, ich würde sagen, wichtigsten und einflussreichsten Hollywood-Animationsfilme der letzten Jahre, nämlich Spider-Man Into the Spider-Verse. Der gestiefelte Kater hat eine große Freude daran, mit den Animationsstilen zu spielen. Nicht so radikal wie Into the Spider-Verse, das sei ganz klar hier gesagt. Aber er fühlt sich in seiner Animation erstaunlich frisch und ungezwungen an. Was durchaus dafür gesorgt hat, dass ich da im Kino saß und mit zunehmender Laufzeit immer mehr begeisterter war und immer mehr Spaß hatte mit diesem Film. Du hast ja schon so einen kleinen Querverweis zu Weakerman gemacht. Gibt es mehr Anspielungen auf Filme und Popkultur? Oder hält sich das da auch eher zurück? Ja, es gibt natürlich schon ein paar Anspielungen auf die heutige Zeit oder auf die Popkultur. Aber es hält sich tatsächlich in Grenzen. Es ist jetzt nicht so, dass du alle drei Minuten so einen Fingerzack bekommst. Guck mal hier, da, siehst du da hinten? Das ist doch genau wie hier. Weißt du noch? Gar nicht. Also es gibt vermutlich mehr, als ich erkannt habe. Man muss ja auch dazu sagen, dass viele Sachen, wo Leute sagen, ah, das ist aus Harry Potter zum Beispiel. Ja, aber auch das, Harry Potter hat sich das irgendwo geklaut. Und da ja dieses ganze Schreck-Universum, und dazu gehört der gestübelte Karte nun mal, ja wirklich auf Märchen basiert, die älter sind, als wir beide zusammengerechnet. Fällt es mir jetzt auch schwer zu sagen, jetzt nur weil da zum Beispiel ein Phönix vorkommt, ist das irgendwie eine Anspielung an Harry Potter. Es gibt einen fliegenden Teppich, da kann man sagen, das ist natürlich Aladdin. Es gibt so einen Dreizack, da kann man sagen, hey, das ist Aquaman. Aber ob das wirklich so gemeint ist, sei mal in den Raum gestellt. Also ja, es gibt natürlich diese Anspielung, aber ich will ehrlich sagen, ich habe den jetzt vor knapp 24 Stunden gesehen, den Film. Ich könnte hier wirklich keine einzige mehr so richtig nennen. Also es hat sich, wenn es so das wirklich gab, hat es sich nicht in meinen Synapsen festgesetzt. Und das heißt gleichzeitig auch, es gab auch keine popkulturellen Anspielungen, die ich jetzt persönlich irgendwie überflüssig oder ärgerlich fand. Sie waren halt wahrscheinlich da, stört den Film nicht, wer sie erkennt, viel Spaß, könnt ihr behalten. Alle anderen haben auch so mit dem Film wahrscheinlich eine Menge Spaß. Hm, okay. Elf Jahre ist ja jetzt echt schon ein Wort, wo Pause beim Franchise war. Ja, meinst du, da kommt jetzt noch mehr, wird vielleicht auch noch ein dritter gestiefelter Kater angeteast oder könnte eventuell ein grüner Ogre wieder zurückkommen? Ja, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich habe schon länger keinen Dreamworks Animation Film mehr gesehen. Dreamworks Animation war früher eigenständig, mittlerweile gehört es zu Universal. Und als der Film anfängt mit dieser Logo-Enthüllung von Dreamworks, hat man auch gesehen, dass sie da in dieser Logo-Enthüllung halt diese bekannten Marken der Firma halt zelebrieren. Also Drachen, Zähmleich gemacht, Trolls und halt eben auch Schreck war dabei. Und dann dachte ich mir auch so, okay, hm, kommt der vielleicht zurück? Ich kann so viel sagen, der Film, der erzählt seine Geschichte zu Ende. Da gibt es keine offenen Fragen soweit. Aber er deutet schon an, dass der Kater eventuell wieder mit alten Bekannten zusammenkommen wird. Eben halt Schreck, der Esel und Fiona. Ob dem so sein wird, ich glaube tatsächlich, das wird sich entscheiden jetzt Ende des Jahres, wie der Film halt laufen wird. Alleine von der Qualität her muss ich sagen, würde mich nicht stören, wenn er einen dritten Teil bekommt. Denn der zweite ist wirklich gut. Das hat man vielleicht jetzt schon rausgehört, dass ich da wirklich selbst überrascht bin, eine gute mir gefallen hat. Ich glaube aber, dass die Reversal und Dreamworks jetzt sehr genau gucken, wie kommt der an. Der Start an Weihnachten ist eigentlich ganz gut. Familienfilme laufen an Weihnachten immer relativ gut. Kinderfilme haben auch immer so den, ja, den Vorteil, dass sie sehr lange laufen. Und der geschirfte Kater hat jetzt auch nichts Weihnachtliches an sich. Das heißt, der könnte auch im Frühjahr gut laufen. Natürlich darf man nicht vergessen, dass eine Woche vorher Avatar 2 läuft. Der natürlich auch ordentlich für Reibach sorgt. Aber ich glaube tatsächlich, dass der geschirfte Kater, der letzte Wunsch, vielleicht eine gewisse Langlebigkeit haben könnte. Weil es eben ein Anführungszeichen Kinderfilm ist und die laufen halt echt ewig. Von daher, ja, könnte sein, dass ein dritter Teil kommt. Ob aber jetzt auch Schreck zurückkommt? Schwere Frage. Aktuell glaube ich ja, er kommt zurück. Aber sicher bin ich nicht. Und nach dem Ende von dem dritten geschirften Kater-Film gibt es halt so, sag ich mal, ja, es gibt Verweise und es gibt so ein paar Randfiguren aus dem Schreck-Film, sieht man auch. Zum Beispiel den Lebkuchenmann sieht man ganz kurz. Aber es reicht nicht aus, dass man, oder zumindest, dass ich aus dem Film gekommen bin und gedacht habe, okay, ja, ganz klar, in zwei Jahren bekommen wir hier Schreck 5. So ist es nicht. Achso, oh, als Gegner Avatar, das wird schwer. Ja, aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, also zum einen Avatar ist ab zwölf, der hat glaube ich ab sechs, das heißt, der zieht eine andere Klientel an und er wird länger laufen, glaube ich. Das ist also, der macht auch Erwachsenen Spaß, aber er wird eher so als Kinderfilm vermarktet und wie gesagt, Kinderfilme laufen teilweise ewig. Stimmt, das stimmt. Wie siehst du es eigentlich persönlich? War dir das okay, dass du gesagt hast, ja, jetzt mal so ein Film zwischendrin ist in Ordnung oder willst du tatsächlich mehr Schreck und mehr Kater und mehr Lebkuchenmann und alles mehr? Naja, also, ich finde die Figur an und für sich nett, was aber hauptsächlich auch, glaube ich, an den Stimmen liegt. Also, wie gesagt, Benno Führmann macht das hervorragend, aber genauso wie Antonio Banderas, wenn es jetzt keinen weiteren Film mehr gibt, glaube ich, würde ich das überleben. Ich glaube, das würden wir alle überleben, aber wenn halt eben ein guter Film ist, dann denkt man sich lieber davon eine Fortsetzung als von einem schlechten, ne? Ja, stimmt. Das stimmt. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Geschirr mit Kater in irgendeiner Form zurückkehren wird. Es gab doch auch mal so ein interaktives Special auf Netflix, glaube ich, und auch so Kurzfilme und, glaube ich, sogar eine ganze Serie. Von daher, wenn es keinen vierten Teil geben wird oder keinen fünften Schreck, bin ich mir sicher, die finden schon irgendwas, damit sie damit wieder Geld machen können. Bin ich mir sehr sicher. Absolut. Ich wäre mit meiner Fragerei tatsächlich schon durch. Willst du noch ein Fazit abgeben oder hast du schon alles gesagt, was... Also, vielleicht hören ja die Bosse von Universal und Remarks jetzt zu. Ich hätte eine ganz tolle Idee für einen Spin-Off. Der gestiefelte Felser. Ja, also, ruf mich an. Ich habe da ein paar ganz, ganz tolle Ideen. Ansonsten zum Fazit. Ja, es ist... Ich war wirklich überrascht, als ich gestern aus dem Kino kam. Kennst du dieses Gefühl, du guckst dir einen Film an und zu Beginn denkst du so, oh, nee, 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 das ist nix. Nee, nee. Und je mehr du davon guckst, desto mehr verwunderst du dich selbst nach dem Motto, das macht gerade eigentlich richtig Spaß. Das habe ich ziemlich oft, ja. Okay. Und dann ist der Film zu Ende und du sitzt da und denkst dir so, der war echt gut. Und du hast dich, also, ganz... Okay, pass auf. Es ist kein... Alles steht Kopf. Es ist kein Wall-E. Es ist kein Die Unglaublichen, kein Ratatouille. Es ist auch noch nicht mal die erste oder zweite Schreck. Es ist aber ein sehr schön erzählter, gut gemachter, wie gesagt, dieser, wie sie die Animationsstile vermenten, hat mir sehr gut gefallen, Film. Ähm, der, glaube ich, wirklich Freude macht, wenn man da mit seinen Kindern reingeht, haben die 100 Minuten eine gute Zeit und man selbst auch. Ne, man... Man startet nicht an die Decke des Kinos und hofft einfach, dass der Scheiß bald vorbei ist. Nee, das ist ein Film, wie du schon gesagt hast, für Jung und Alt ist der geeignet. Ähm, und... Ja, also, ich war... War erstaunt und ich glaube tatsächlich, ohne jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, es ist, glaube ich, der beste Animationsfilm aus Hollywood, den ich dieses Jahr gesehen habe. Wow. Also, besser... Wenn das mal kein... Besser als... Qualitätssiegel ist. Ja, besser als Lightyear zum Beispiel, ähm, den ich jetzt auch nicht so verkehrt fand, aber ja. Also, ich bin, wie gesagt, ein bisschen baff, immer noch. Ähm, und sei mal ganz ehrlich, so, so von Macho zu Macho, aber ist halt... Katzen, aber wenn die dich halt mit den großen Augen angucken und dann anfangen zu schnurren, da wird man einfach weich. Ist so ein bisschen wie in unserem Teleschamp, der Chef Andi. Wenn der einen so richtig mit seinen großen Knopf Augen anguckt, dann sagt man auch so, ja, Andi, komm, ich geh mir den geschiebten Kater 3 oder 2 vorab angucken. Ja, man kann schlecht Nein sagen, ich verstehe das schon. Ja. Ich verstehe das schon. Ja. Es ist halt bei Katzen dann, wenn sie sich so schön angucken, ist alles super, aber wenn sie dann anfangen, anfangen, ihr Gewölle hochzuwirken, dann verwünschst du sie schon. Und, äh, viele Katzen- und Hundebesitzer werden es kennen, das Wirken, das einen sofort aus seiner Lethargie reißt und denkt, oh Gott, wo hast du hin? Gepunkt, Punkt, Punkt. Aber das geht jetzt, glaube ich, definitiv zu weit. Okay, dann sag ich schon mal, vielen herzlichen Dank und viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Zuhören und das letzte Miau hat Stuardo. Ach, danke. Dann sage ich noch schnell, ihr findet den Tele-Stammtisch bei www.tele-stammtisch.de. Außerdem sind wir Instagram, Twitter, YouTube, sind wir TikTok, wahrscheinlich auch TikTok irgendwann, Twitch sind wir auf jeden Fall. Und, ja, wünsche euch, denn ich weiß gerade nicht, wann dieser Podcast erscheinen wird, deswegen wünsche ich euch profilaktisch einfach frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und viel Spaß im Kino und sage dann damit auch Adios. Genau, das wünsche ich euch auch. Ciao, ciao. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.